Du darfst sie nicht essen! Wieso, sind sie vergiftet oder was? Nein, aber du hast doch Diabetes, Mensch! Schimmert deine Vorurteile, Alter! Das ist doch gar kein Problem! Als Person mit Typ 1 Diabetes kann man alles essen. Man muss sich allerdings dafür Insulin spritzen und vorher berechnen, wie viel. Das Insulin sorgt dafür, dass die Kohlenhydrate in den Zellen landen und nicht weiter im Blut chillen.